Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, ich sehe es nur Why is it cool mit der Necron-Serie und ich schaue mir heute zwei Truppentypen der Necrons an, die ganz ganz relevant sind für den Machterhalt der Necron-Lords innerhalb ihrer Dynastien. Das sind nämlich einerseits die Praetorianer, andererseits die Lichtguard. Fangen wir erstmal mit den Praetorianern an. Die sind keinem einzelnen Necron-Lord untergeordnet. Das sind Necrons, die sich nicht freiwillig, sondern auf Entscheidungen der Necron-Lords und des Silent King sehr sehr viel ihrer Persönlichkeit trotz Biotransferenz haben behalten können. Also der Prozess hat einfach dafür gesorgt, dass ähnlich wie bei Necron-Lords und Necron-Overlords ganz ganz große Teile ihres Bewusstseins in der Biotransferenz erhalten worden sind und sie nicht zu geistlosen Automaten gemacht wurden, wie das jetzt die normalen Necron-Krieger sind. Das bedeutet, wir haben es hier wirklich mit Wesen zu tun, die immer noch eine eigene Persönlichkeit mit sich bringen, die im Normalfall auch nicht betroffen sind von Flüchen wie dem Destroyer-Fluch, sondern die, ja ich würde sagen, über das Reich wachen und über die Dynastien wachen, um dafür zu sorgen, dass sich Necron-Lords so intrigant und machthungrig, sie auch alle sein mögen, an Regeln halten miteinander. Das bedeutet, wenn sie Krieg gegeneinander führen, dass sie sich in bestimmte Regeln des Krieges halten, wie sie unter den Necrons üblich sind, dass sie auch im Krieg gegen andere Völker sich an bestimmte Vorgehensweisen halten, die in den Augen der Praetorianer die Necrons nicht entehren. Und so haben wir hier eine wirklich mächtige Gruppierung, die nicht als eigene Fraktion fungiert, sondern, ich würde sagen, unparteiische Schiedsrichter ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Denn auch in Schlachten halten sie sich sehr, sehr lange raus, haben Antigraf-Pakete, also schweben praktisch über dem Schlachtfeld oder irgendwo in so einer Dimensionstasche, beobachten das Schlachtfeld und greifen dann ein, um das Schicksal potenziell zugunsten der Necrons zu wenden. Sie greifen nicht auf der Seite des Gegners ein, wenn der Gegner nicht selber ein Necron ist, also sie halten jetzt nicht den Necron-Lord zwingend auf, weil der sich irgendwie nicht benehmen kann gegenüber den Menschen. Aber sie beobachten das Verhalten und sie beurteilen und natürlich dokumentieren sie am Ende des Tages auch, wie Necron-Lords sich verhalten, wie sie vorgehen, wie ihre Macht auch ausgebaut wird. Die Praetorianer sind, es klingt jetzt sehr, 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 sehr pathetisch, sind diejenigen, die Necron-Lords ehrlich halten. Ehrlich halten ist natürlich ein großes Wort, wenn du Leute wie Trezin oder andere machthungerige Necron-Lords hast, aber wir haben da jemanden oder mehrere, die das Imperium der Necrons, das ja gerade wieder so ein Stück weit erwacht und natürlich nicht irgendwie in der Größenordnung wieder auferstehen wird, zumindest aktuell, wie es das vor dem großen Schlaf war, aber die dafür sorgen, dass die Necron-Lords das Reich als Ganzes nicht aus den Augen verlieren und ihnen bewusst ist, dass sie sich natürlich viel erlauben können, dass aber die Praetorianer nichtsdestotrotz diejenigen sind, die sie immer beobachten werden und die auch mit einer Autorität ausgestattet sind, die im Normalfall von allen Necrons anerkannt wird und die auf einer Ebene unterwegs ist wie ein Necron-Overlord. Also ein Necron-Overlord kann nicht einfach sagen, nein, du hast dieses Recht, diese Entscheidung zu fällen oder diese Kritik an mir zu üben. Das Recht hast du nicht, weil du nur ein Praetorianer bist, sondern nein, genau weil dieser jeweilige Necron ein Praetorianer ist, hat er genau diese Rechte. Und das finde ich als Balancemechanismus innerhalb der Necrons als Volk und als Machtfraktion einen ganz spannenden Ansatz, weil klar, man assoziiert Praetorianer historisch ja immer mit den Königsgarden, die ja auch ganz häufig Königsmacher sind, weil sie entscheiden, wer jetzt als nächstes auf dem Thron sitzt. Und dieses Sie entscheiden, wer auf dem Thron sitzt, das ist eben bei den Necron-Praetorianern explizit nicht der Fall. Denen ist es so ein bisschen egal, wer am Ende Chef ist, solange dieser Chef die Traditionen der Necrons bewahrt und ehrt und sich eben selber dran hält. Und damit haben wir da so einen Faktor im Spiel, der den anderen Fraktionen in der 40K-Galaxis überhaupt nicht bewusst sein dürfte, weil es ist für sie nicht so richtig relevant, sie begegnen den Praetorianern maximal auf dem Schlachtfeld irgendwelche eingesammelten Museumsstücke, wenn man lebende Wesen so bezeichnen will, die Trazen irgendwo einkassiert, die könnten vielleicht einem Praetorianer begegnen oder eben auch die Blood Angels in dem Kontext, dass sie sich ja zusammengetan haben mit Necrons gegen Tyraniden. Aber ansonsten wird den Menschen und die ganzen anderen Rassen noch viel weniger, glaube ich, nicht bewusst sein, dass die Necrons da so einen internen Kontrollmechanismus in Form einer komplett eigenen Kaste haben. Das wären die Praetorianer. Dann gibt es natürlich noch die Lichtgard. Die Lichtgard, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Lichtgard, Lichtgard, keine Ahnung, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, wie das phonetisch korrekt ausgesprochen wird. Das sind wirklich die Leibwächter. Die Lichtgard sind diejenigen, die auch noch vergleichsweise viel Eigenbewusstsein haben, also ihr merkt, es gibt so ein Muster, denen aber genau wie faktisch allen anderen Necron-Kriegerkasten im Rahmen der Biotransferenz die Fähigkeit genommen wurde zum Ungehorsam. Sie sind nicht in der Lage, Befehle zu verweigern, was grundsätzlich gut ist, denn die Lichtgard dient als Leibgarde für die Necron-Lords. Sie sind diejenigen, die als Schutzwall zwischen ihrem Lord und jeglichen Gefahren stehen. Und zu Lebzeiten der Necrons war es durchaus so, dass man befürchten muss, hey, ist eine entsprechende Leibwache vielleicht doch nicht so ganz loyal, hat den anderen Necron-Lord umdrehen können, muss man mit einem Messer im Rücken rechnen, wenn man von seiner Leibgarde umgeben ist. Und jetzt, praktisch zum Zeitraum der Necrons, nach der Necron-Tür, ist dieses Risiko aus den Lichtgard rausgebrannt worden im Rahmen der Biotransferenz. Sie sind jetzt zu 100% loyal, man kann sie nicht umdrehen. Also vermutlich gibt es Necrons oder Necron-Lords, die sich auf bestimmte Aspekte fokussiert, spezialisiert haben, die dann doch einen Weg finden, zumindest Lichtgards zu beeinflussen. Aber auch die sind nicht in der Lage, einen Necron-Lord gegen seinen Herrn zu wenden. Das ist zumindest laut Lore einfach nicht machbar. Und wir haben mit der Lichtgard eben auch so eine Necron-Kriegerkaste, die gleichzeitig auf dem Schlachtfeld defensiv wie ein riesiges Bollwerk wirken kann, weil sie diese Dispersionsschilde tragen. Und andererseits mit ihren Kriegssensen, wenn sie so entsprechend ausgestattet sind, aber auch offensiv zum Einsatz kommen. Und damit zusammen mit ihrem Lord, wenn der so tickt und wenn der sozusagen da seinen Fokus drin sieht, eben auch Angriffe für Necron-Armeen sehr gezielt als Speerspitze und als einen großen Stoßkeil führen können. Sie sind jetzt keine Einheit, wo ich sage, oh, die stehen hinten und schießen einfach das alles zusammen, weil sie keine Fernkampfwaffen haben. Aber der Anblick einer Phalanx oder eines Stoßkeils aus Lichgards an der Spitze ihr Necron-Lord, das hat komplette Schlachten für die Necrons schon entscheiden können. Und dann haben wir jetzt sozusagen diese extrem loyalen Leibwachen und gleichzeitig haben wir mit den Praetorianern diese Aufseher. Und die Praetorianer sind die einzigen, die in der Lage sind, aufgrund der Kodierung, ich sage jetzt einfach Kodierung, weil Programmierung trifft es ja bei den Necrons so bedingt, sind die einzigen, die Lichgards zwingen können, sich zurückzuhalten. Wenn sie Kritik an einem Necron-Lord üben müssen, wenn sie tatsächlich auch Strafen verhängen müssen, werden Lichgards sich nicht einmischen. Also selbst wenn ihr Necron-Lord befiehlt, hier schaltet diesen Praetorianer aus, der ist mein Feind, der ist eine Gefahr für mich, dann ist das der einzige Befehl, den Lichgards verweigern werden, wo sie einfach nicht darauf reagieren werden, weil Praetorianer da offenbar ein Codesignal aussenden, das besagt, dass sie für andere Necrons faktisch unantastbar sind. Also wir haben hier eine loyale Leibwache, die wirklich, wirklich zuverlässig ist, was den Schutz ihres Herrn angeht und die sich einem Praetorianer auch dann in den Weg stellen werden, wenn der einen Necron-Lord vernichten will. Also das ist sozusagen die Schwelle, über die auch ein Praetorianer nicht drüber darf. Und damit, also ich finde die Lichgard als Charaktere, als Figuren nicht übermäßig spannend. Das ist halt so, ja, absolut loyale Leibwachen ist ein mäßig spannendes Konzept. Ich finde aber im Gegensatz dazu, die Praetorianer als Grundkonzept und als in der Form, wie sie auch beschrieben werden, eine total spannende Nummer, weil wir plötzlich so ein Korrektiv innerhalb dieser Fraktion haben, das nach außen vollkommen egal ist, nach innen aber wirklich eine Relevanz für die Gesellschaft der Necrons hat und damit im Endeffekt auch so einen Steuerungseffekt hat, der vielleicht auch relevant ist, dafür, dass der Silent King sein Volk und seine Fraktion im Notfall in den Griff kriegt, auch ohne dass er auf die Gehorsamsprotokolle der einzelnen Necron-Lords zugreifen muss. Finde ich einen spannenden Ansatz, zumindest für die Praetorianer. Lichtgards verdienen ist erwähnt zu werden, finde ich aber deutlich weniger spannend. Wie seht ihr das? Spielt ihr in eurer Armeen eventuell Lichtgards, Praetorianer? Sind die im Spiel sinnvoll tauglich oder sind das eher so Einheiten, die sind für einen Fluff schön, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber auf dem Spieltisch gar nicht so relevant? Ich freue mich auf euer Feedback, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.